Das fällt mir jetzt ein, dass wir in Gau so ein Bett angebaut haben und dann am Acker rausgesetzt. Auch lauter so Bettln, dass du dann links und rechts dazugekommen hast. Da haben wir sie so abgeschnitten, gell, und dann haben sie so einen Kart mitgehabt und da war ein Staunen, die war ja so, und da haben wir sie so abgeschnitten, ja und so einen Kart. Dann haben wir sie aufgezogen am Dachboden mit null gerissen in KPD und dort haben wir sie getrickt. Hallo, es ist schön, dass du da bist. Schaut, wie wir schon alles herkriegen. Sitz dich einfach her zu uns. Ich bin so froh, dass du heute Zeit genommen hast, dass du kommen hast dürfen. Ja. Weil wir können ja jede Hand brauchen. Ja, mich freut dir, dass du es merken. Die Rosen bitte, zeig mir mal, wie das richtig geht. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ja, schau, dann nimmst du die Karlscha in die Tanne und so eine Karl und dann ziehst du einfach da unten die kleinen Bladen einfach weg. Schau. So einfach. Und wenn du das dann abgeschnitten hast, dann machst du das einfach in die Kerbein. Schauen wir mal zu hier. Ja, das ist echt ein schweres Wort mit der Karlscha. Ja. 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 Vielen Dank.